Schafft den Mann raus! Raus mit ihm, sage ich! Nehmt ihn und werft ihn raus, ich weiß, er ist drei Meter groß. Raus! Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück hier bei der großen internationalen Meisterschaft im Blindsein und Veränderungen nicht erkennen können oder wie es ursprünglich hieß, I'm on Observation Duty. Warum genau bin ich eigentlich noch hier? Warum versuche ich das wieder und wieder und wieder und es endet immer auf dieselbe Art, nämlich damit, dass ich verliere. Ich versuche immer wieder dasselbe und erwarte einen anderen Ausgang. Das ist die Definition von Wahnsinn, aber wie der große Dichter, Denker, Poet und Lyriker XQC schon sagte, we go again! Deswegen würde ich vorschlagen, ich labere nicht länger, wir starten direkt das neue Haus und schauen einfach mal, was uns dieses Mal so erwartet. In den Kommentaren sind ein paar Sachen aufgefallen, die mir nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel im Bad der Spiegel, der hängt eigentlich normalerweise hochkant. Beim letzten Mal hing er, glaube ich, in beiden Durchläufen irgendwann quer. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Die Dose ist übrigens nicht verschwunden, die stand dann hier in der Ecke und hier in der Galerie ein Stuhl, nämlich ich glaube, es war der hier, oder der hintere hat die Seite gewechselt. Das war es aber auch. Das heißt, euch ist auch nicht so wirklich viel aufgefallen. Die Häuser können sich anscheinend auch verändern. Nein, ich weiß es nicht. Wir gehen wie immer so ein bisschen open-minded hier rein und lassen uns überraschen und ich weiß gefühlt gar nicht mehr, wie das neue Haus aussieht, weil letztes Mal ist es ein bisschen her, aber die Tür hier ist definitiv wichtig. Und dieser Teller hier sieht auch irgendwie verdächtig aus. Ich bin mir sicher, der kann irgendwann mal verschwinden. Und eben, wenn der hier quer hängt, ruft Alarm, ja, ruft Ceta und Mordio, dann werde ich das richten. Einfach laut genug schreien, dann höre ich das auch, von euch aus gesehen, in die Vergangenheit durch die Zeit. Es geht bis jetzt alles sehr, sehr ruhig und relativ unverdächtig. Ich warne dich, Spiegel, ne? Tu es nicht. Wobei, bitte tu es, weil jetzt weiß ich ja, dass das passiert. Das heißt, das ist dann quasi eine geschenkte Anomalie. Ist auch alles gut. Der Stift ist immer noch super verdächtig. Der macht wahrscheinlich irgendwann auch, was er will. Habe ich so im Gefühl. Hm. Bis jetzt nichts, was mir auffällt. Aber mindestens eine Sache gibt es schon. Außerdem, sie hat glaube ich die Augen zu. Hat sie das letzte Mal die Augen mal aufgemacht? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube ja, oder? Ich glaube, das Gemälde hat mich irgendwann angeglotzt. Und ich habe es einfach nicht gecheckt. Ah. Das schon wieder. Das ist cool. Das ist Küche Geist. Nice. Ich meine, ist anscheinend relativ häufig so gefühlt, dass da in der Küche ein Geist rumgammelt. Hier ist alles unverändert. Es hängt keiner vom Fenster rum. Das dauert so lange. Dankeschön. Es hängt keiner vom Fenster rum. Becherchen ist noch da. Der Müll wird nicht weggeräumt. Ich frage mich, ob ich das überhaupt melden sollte, wenn der weg ist, weil es ist ja gut. Na, der Müll... Ah, das ist der Gitarrenhals. Der Müll ist verschwunden. Ich glaube, das sollte ich dann einfach so lassen und wir sollten uns freuen, dass es irgendjemand weggeräumt hat. Hier ist alles gleich. Na? Das Problem ist halt wirklich, dass das Spiel nicht in Farbe ist, sondern nur in Grautönen. Da fällt es teilweise unglaublich schwer, Veränderungen zu sehen. Also der zweite Teil ist dann in Vollfarbe, der dritte Teil auch. Weil das ist halt schon schwer. Also kann man nicht anders sagen. Die Kommentare haben auch gesagt, ja, selbst wenn man das alte Haus drauf hat, das neue Haus ist nochmal was ganz anderes und wirklich, wirklich krass. Ich glaube, auch die Map soll man einfach nicht gewinnen. Das ist nur so, ja, wir gehen rein und gucken mal, was passiert und lassen uns überraschen. Die Tür ist zu, der Stuhl steht noch genau da, wo er immer war und irgendwas ist doch schon wieder faul. Was? Was ist es? Gitarre ist hier, Gitarre ist da. Häuser wie immer. Das hier auch wie immer. Tür ist noch offen. Teller ist da. Äh. Hä? Der Spiegel ist noch richtig? Hä? Oh nein. Ich bin stumped. Damit will ich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Spiel, bitte, komm. Wirf mir irgendwie ein Leckerli hin oder so. Ich glaube, steht der Stuhl anders? Sollen wir mal auf Verdacht Movement machen? Ich weiß es nicht. Komm, spiel einfach so ein Brotkrum oder so irgendwas. Liefer mir irgendwas. Bitte, 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 bitte. Ich frage mich auch, wie mir das mit dem Spiegel nicht aufgefallen ist. Aber ich gucke für gewöhnlich. Kein Movement. Nicht so häufig auf Spiegel. Da achte ich nicht unbedingt drauf. Hier ist alles gleich. Stammelt keiner vom Fenster rum. Das ist in der Tat nicht so gut. Kann man nicht anders sagen gerade. Hä? Ich bin wirklich blind. Ich gewinne die Meisterschaft, Leute. Ich habe es wirklich voll drauf. Ich bin hierfür ein Brotkrumm. Jedes Mal. Ich bin hierfür geschaffen, Mann. Ich gewinne das heute. Ich bin der Mensch, der von allen am wenigsten sieht. Ist das Gemälde anders? Nicht unbedingt zu 100% sicher, aber ein Versuch ist es wert. Irgendwas daran kommt mir verdächtig vor. Aber ich kann es nicht sagen. Der Stuhl ist immer noch da, wo er vorher war. Komm, jetzt wo ich es mal weiß, mach das nicht. Do your thing. Hä? Ich verliere das gleich. Was? Hä? Hä? Ihr seht auch nichts. Oder jetzt mal ohne Witz. Also alles andere ist doch gelogen. Hä? mal auf zu lachen, okay? Ich gebe ja mein Bestes. Ich will nichts hören. Hä? Wo Veränderung? Where Change? Wo ist der Wind of Change hier? Es ist doch alles gleich. Muss ich gleich die Bildschirmlupe aufmachen oder was? Oder einfach so ein Mikrostop an Bildschirmen ansetzen und die Pixel untersuchen? Hat einer der Pixel die Farbe geändert? Nee, ich check's nicht. Ich. Hä? Guck ich nicht an die richtigen Orte? Der fliegende Ball ist nicht da, by the way. Ist gut so. Was? 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 Komm, es endet nicht mit einer Anomalie. Die Tür, die Tür, die Tür. Okay, wir können noch ein bisschen leben. Wir können noch ein bisschen leben. Es ist die blöde Tür. Okay, wir kriegen noch ein bisschen eine Chance. Aber es wird nicht lange halten. Ähm, weil ich sonst nichts sehe. Stand was auf diesem Podest? Irgendwann mal Bedroom Object Disappearance? Ich weiß es. Warum würde man einen leeren Tisch einbauen? Weißt du, was ich meine? Was ist das da? Ist das ein Typ? Ich glaube, es bewegt sich. Bewegt es sich oder bilde ich mir das ein? Hier ist irgendwas. Ja, Pflanze. Ist das ein Intruder im Living Room? Weil hier ist doch irgendwas. Das macht auch keinen Sinn vom Sofa-Dings her, oder? Irgendwas hier ist kein... Die Stühle. Irgendwas hier ist kein Dessas, Bruder. Entschuldigung? Nee. Aber die Küche. Wir haben in der Küche Object Movement. Ich glaube, die Stühle waren nicht so weit vom Tisch weg. Der Spiegel ist noch korrekt. Das ist cool. Stuhl ist da, wo er sein soll. Da draußen ist Party. Okay. Das ist Outside. Eine Lichtanomalie. Okay. Jetzt wissen wir, da kann eine Pflanze verschwinden. Da ist doch irgendwas. Warte mal. Das sieht jetzt dumm aus. Hä? Ist das Sofa umgeklappt? Das war doch vorher nie so. Was soll das überhaupt sein? Also irgendwas hier ist doch sass, oder nicht? Ist das ein Object Movement? Was? Ich weiß nicht mal, was das ist. Es ist so klein, ich weiß nicht, was das ist. Und die Stühle standen doch nicht so, oder? Kein Object Movement in der Küche. Äh, im Living Room. Sorry. Ich war gerade geistig in der Küche. Aber niemals standen diese Stühle so. Brough. Oder? Bin mir ziemlich sicher. Ich muss das nachher beim zweiten, es gibt natürlich wieder safe im zweiten Durchgang. Ich muss mir das nochmal angucken. Äh, die Stühle sind sass. Aber anscheinend war das so. Weil ich hab's jetzt, warte, ich mach's nochmal. Ich hab's jetzt zweimal deklariert. Aber ich glaub, es kam, nee, einmal deklariert und es kam einmal als falsch zurück. Also anscheinend nicht. Keine Ahnung. Die Box da, war die schon immer so? Oh, diese Box da hinten. Soll ich einfach mal Korridor-Object-Movement machen? Das ist immer, der Korridor ist so dermaßen groß. Da macht das glaub ich Sinn, oder? Weil der ist echt riesig. Da kann man sich das schon mal erlauben. Zwei Uhr nachts. Zwei Uhr nachts. Ja, steht doch an der exakt... Steht der Becher an der selben Stelle, ich glaub' ja. Oder? Keine Ahnung. Ist alles gleich? Ist alles gleich? Sogar die Handtücher sind auch da. Ah, das ist die Tapete hier. Äh... Ich, ich... Oh... Oh, Bob-Bi-Bo-Bi-Sabbi-Ba-Bi-Bo-Bi-Boy-Bag-Bi-Bab-Bap-Bap-Bad-Bap-Bap-Bapp. Das ist anders. Die Dame hat glaub'n bisschen mehr Texture. Wurde số geupgradet auf 4K. Ich glaube, es ist eine Sina, sie ist irgendwie weiblich. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, er, sie, wurde geupgradet auf 4K. Und jetzt wieder das Downgrade auf wunderschöne 360p, weil die Kids damals so YouTube geguckt haben. Das war noch... Zeiten, die Tür, der Schrank, der gehört zu. Hi. Okay, da ist Tyler One in meiner Küche, weil der so groß ist, 6'5. Sag mal, Hulk, kannst du... Da ist die Tür, es gibt nichts zu essen hier. Die Tür. Kannst du... Was ist das für eine Anomalie? Kannst du gehen? Failed to fix Anomaly. Schafft den Mann raus! Raus mit ihm, sage ich! Nehmt ihn und werft ihn raus. Ich weiß, er ist 3 Meter groß. Raus! Ja, und jetzt! Huge Man! Ich kann Report Huge Man aus der Küche schicken. Okay. Das ist... Das ist... Das Spiel ist so dumm, ey. So ein Schwachsinn. Spiel, ist das dein Ernst? Ich habe jetzt verloren, weil ich in der Küchenkamera Huge Man gecallt habe und dann nicht rausgegangen bin. Oder halt das aus einer anderen Kamera rausgemacht habe. Deswegen hat er mich wieder gejumpscared, bis mein Herz explodiert. Hätte ich das aus einer anderen Kamera rausgemacht, wäre vermutlich alles gut gegangen, weil er ist ja in der Küche und nicht zum Beispiel im Korridor. Es wird halt einfach nicht erklärt. Das ist genauso wie im alten Haus dieses Geisterding vor der Kamera. Es wird halt nicht erklärt. Das Spiel einfach so, ja, hier ist die Map, hier sind die Report Klassen. Mach. Hier, jetzt mach. Hab deinen Spaß. Spiel, Mann. Oh, ich muss echt sagen, so langsam habe ich echt die Schnauze voll von diesen Schikanen. Ich mache es nochmal. Ein letztes Mal. Gott, okay, so wissen wir auch, die Blumen hier kann verschwinden. Und das ist anscheinend immer so. Ich weiß nicht, warum mir das erst jetzt aufgefallen ist. Oder vorhin. Das ist immer so. Das heißt, wenn der Riesenmann in der Küche auftaucht, dann, ähm, das aus einer anderen Kameraperspektive rausmachen. Alles klar. Ich, äh, so ein Quatsch! Hat sich das hier vorher verändert? Ich, ich, ich meine, das wäre gerade ein anderes Motiv. Oder hat sich's jetzt gerade verändert? Ist das eure Pünzchen genommen die? Ne, ich glaube nicht. Also, ich könnte mich manchmal so über das Spiel aufregen, weil das, das wird halt nirgends erklärt. Das ist halt einfach so, dass der Typ mich jetzt quasi, so, keine Ahnung, beeindruckend war mit seinen riesigen Muskeln. Ja, der Typ war so jacked. Er hat durch Raum und Zeit gegriffen und mein Körper zerbrochen wie ein Streichholz. Und die Kiste hat sich, glaube ich, bewegt. Die lag doch vorher auf der Seite, oder nicht? Hab ich immer das Gefühl. Keine Ahnung. Keine, keine, keine Ahnung. Äh, Okay, wir müssten aktuell nur eine Anomalie haben. Die halt super schwer zu sehen ist, wie jedes Mal. Ever. Äh, also, na, wenn's jetzt nicht läuft, ist mir egal. Wir haben den riesigen Mann gesehen, der so riesig ist, dass er eine eigene Report-Klasse hat und dich killt, wenn du ihn zu lange anguckst oder den Report in der falschen Kamera machst. Haben wir das auch gelernt. Siehste, man. Man lebt, man lernt. Und die Stühle stehen immer so. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ein Spiel dann an der Wand ist immer noch richtig. Das Klo wirft einen komischen Schatten, aber ich glaube, das war schon immer so. Ich mach trotzdem mal vorsorglich vielleicht eine Schattenanomalie, weil das sieht irgendwie so aus, als kommt die Dunkelheit höchstpersönlich aus dem Klo raus. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ob es schon immer so war. Keine Ahnung. Hier ist, glaube ich, alles Gucci. Ich glaube, hier ist alles so, wie es immer war. Hier auch. jup, 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 jup. Also wenn ich jetzt gar nichts finde, liegt es daran, dass der Huge Man mich einfach so erschrocken hat. Dass ich jetzt gar nichts mehr finde. Das heißt, erschrocken, er hat mich mit seinen Muskeln so beeindruckt. Ich denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, wie ich auch so unglaublich jacked werden kann. aber das bleibt sein Geheimnis. Das dauert wieder viel zu lange. Ich komme wieder hinterher. Wir kommen wieder ins Hintertreffen. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube, aber der Teller sieht immer so merkwürdig aus. Keine Ahnung. Du bist richtig. Du bist richtig. Hier ist alles so, wie es sein soll. Laut meiner Expertenmeinung, die keine Expertenmeinung ist, sondern die Meinung einer Person, die nicht wirklich gut in dem ist, was sie tut. ist alles gut. Warum mache ich die? Ja, die Sitzbank hat einen Anfall da hinten. Das ist ein bisschen komisch. Lass mich nicht lügen. Das ist so ein kleines Detail. Nur weil ich jetzt gerade so aus dem Augenwinkel dahinter geguckt habe, habe ich das jetzt gesehen. Alles klar. Das ist Asozialspiel. Richtig, richtig Asozial. Lass mich nicht lügen. Hier ist alles so bueno. Hier, die Stühle sind da, wo sie sein sollen. Die gute Dame, ich glaube immer noch, ist es eine Sie, ist nicht in 4K. Alles klar. Die Pflanze ist noch da. Alles andere ist auch so, wie es gehört. Nun. Ich glaube, das sah nicht so aus. Nenn mich irre, aber ich glaube, da war damals kein Mannequin drauf. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ein paar Ch-Ch-Ch-Changes haben. Das ist nicht, wie ich mich an das Gemälde erinnere. Komm, das ist richtig. Ich bin halt der Beste, was soll ich sagen. Manchmal ganz selten. Warum habe ich mich jetzt erschrocken? Ich habe diesen Sound so oft gehört. Warum jetzt? Ist doch auch echt nicht gruselig. Ist halt ein lautes Ding Dong. So scary ist das jetzt nicht. Muss ich sagen. Draußen alles gut. Spray-Dose da, wo sie hingehört. Sehr brav. Handtücher noch da. Das große Handtuch ist da, Pflanze ist da. Das Klo ist unverändert, bin ich mir zu 100% sicher. Der Stuhl ist nicht gewandert. Wir haben keinen Ikea-Wanderstoll. Finde ich nice. Finde ich super. Kein Fliegeball. Keine Huge Man nochmal. Komm, ich will wissen, wie das funktioniert. Was ist das anders? Ich weiß nicht. War das Haus hier schon immer da? War das Haus hier schon immer da? Werde ich langsam komplett irre? Das, ist das Haus noch? Ne, also langsam drehe ich doch durch, oder nicht? Das ist outside, ist, was ist das? Extra Objekt oder Object Movement? Also irgendwas hieran ist sass. Aber ich weiß nicht was. Mein Gehirn hat gerade, kennt ihr das, wenn euer Gehirn Alarm schlägt? Irgendwas ist anders, aber ihr wisst nicht was. Und ihr könnt das nicht einordnen. Genau das hatte ich gerade. Tja, siehste, es hat sich quergestellt. Jetzt verändern sich auch noch Häuser. Das heißt, die ganze Stadt hier ist eine einzige fette Anomalie. Nicht nur dieses Haus, oder vielleicht, keine Ahnung, wenn man von dem Haus nach außen schaut, sieht es halt anders aus. Aber alles hier ist cursed. So sieht es also aus, ja? Jetzt auch noch Häuser. Das ist so ein Schmerz. Ich wusste doch, irgendwas ist anders. Ich habe das gesehen und mein Brain so, hey, damit ist aber was nicht richtig, Kollege. Der blöde Spiegel, siehste, da ist es. Da ist es, das ist Object Movement, weil er sich einfach nur gedreht hat und kein neuer Spiegel oder so erschienen ist. So, Stuhl, mach dein Ding, dann haben wir nochmal eine Free Anomaly und dann geht es weiter. Wäre super. Der Feuerlöscher ist sass, aber ich glaube, der war da schon immer, wenn ich gerade jetzt ein bisschen zurückdenke, glaube ich, meine ich. Hier alles gut, Pflänzchen ist da, wo es hingehört, da freuen wir uns, das ist gut. Dann haben wir ein bisschen grün im Schlafzimmer, im Schlafzimmer, das Ding ist nicht zu, oder ist zu und nicht offen, so rum. Kein riesiger Mann, komm schon, riesiger Mann. Beeindruckt mich nochmal, Flex für mich. Lass die Muskeln spielen. Dose ist da, Dose ist da, das, 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 Okay, sie ist nicht in 4K. Ich weiß auch nicht, was das war, das sah ganz komisch aus. Und jetzt dauert es wieder, bis ich was finde. Stand da schon immer da, ich glaube, das ist ein Teller. Ich meine ja. Bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber nicht sicher genug, dass ich jetzt einen Report dafür schreiben würde. Also nicht unsicher genug, dass ich jetzt einen Report dafür schreiben würde. Das ist gut, das ist gut, sehr gut. Komm, Stuhl, do it, ich will das live sehen. Hier, 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 alles bueno, glaube ich. Ist auch noch alles gut. Jo. Da ist wieder das, siehste mal, das ist Door Opening Closing. GG, easy, es fängt an sich zu wiederholen. Also eben, rein vom Spielprinzip her, wenn man es nur oft genug macht, gewinnt man es irgendwann. Aber, ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich habe halt echt keine Lust, das zig 100 Mal zu spielen. Aber es ist auch cool, wenn ich es nicht gewinne. Also, der Huge Man, das war wieder komplett was Neues. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, die wir noch gar nicht gesehen haben, aber es ist halt cool, dass einfach, auch bei mehreren Durchläufen einfach Sachen kommen, die man dann noch nicht gesehen hat. das finde ich schon sehr, sehr nice. Hier ist alles gut, keine Party da hinten im Block. Ja, alles gut, Gitarre ist da, wo sie hin gehören. Das ist Object Movement, liebe Leute. Ich dachte erst, da wäre irgendwie Abyss Presence, aber nein, das ist der Deckel und hier steht der Becher. Der Becher hat gemoved. Er hat sich bewegt. Keine Ahnung, warum, aber er hat beschlossen, es ist an der Zeit, dass er woanders hingeht, ich dachte, wir haben zwei Türklinken, dass er woanders hingeht und neue Lande erkundet. Dieses Bild hier ist furchtbar. Ich hasse das Bild so sehr. Draußen ist alles gut, die Häuser sahen damals schon oder vorher so komisch aus. Kein fliegendes Bällchen. Hier ist glaube ich alles gut. Bin ich mir sicher, aber gleichzeitig ist es natürlich nicht so. Weiß ich ganz genau, ich weiß noch nicht, was es ist. Ist hier alles gut? Ja. Ist hier alles gut? Ja. Hier auch? Ja. Ich glaube ja. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt wieder diese Zeit, wo ich nicht genau weiß, worauf ich gucken soll. Ich weiß, worauf ich gucken soll, aber ich weiß halt nicht. ist das hier schon immer da gewesen? Landet einfach mehr Zeug auf dem... Ah ne, das ist die Oberkante vom... Das ist halt einfach nur ein Pixel. Es ist einfach nur ein grauer Pixel. Ein grauer Pixel in dem Spiel reicht schon, dass du dir denkst, hey, was ist das? Das ist furchtbar. Ich glaube, jetzt ist alles gut. Hier auch, Stuhl oder Tür. Die Tür war jetzt free. Das ist so easy zu sehen. Soll ich mal Korridor einfach auf Verdacht Object Movement machen? Einfach, damit ich jetzt mal irgendwas gemacht habe. Komm, weil ansonsten weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann knalle ich lieber dumme Reports raus, anstatt gar nichts zu machen. Kriege ich vielleicht mit Luck irgendwas und verschaffe mir dadurch mehr Zeit. Bringt aber auch nichts. Okay. Ich sehe. Ich sehe. Und mit ich sehe, meine ich, ich sehe nicht. Denn ich sehe nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich mache mal eine Painting Anomaly. Komm, warum nicht? Ja, ja, ja. Ein noch, ein noch, ein noch. Ich bin gerade wieder voll am Versagen. Ich weiß es doch. Das hier ist aber nicht richtig. Living Room haben wir eine Painting Anomaly. Das sah vorher nicht so aus. Definitiv nicht. Darauf würde ich wetten. Wetten, das Ding kann auch immer die Seite wechseln. Das stand aber glaube ich schon immer hier. Aber wenn es da mal hier drüben steht, dann müssen wir uns schon ein bisschen Sorgen machen. Ich will was Einfaches. Komm, Spiel. Gönn mal raus. Irgendwas Simples. Was super duper Einfaches. Was man sofort sieht. Also, wahrscheinlich seht ihr es sofort, ich sehe es halt nicht gerade. Hä? Ich, oh Mann, ey. Mann, nö, ich verliere gleich. Ich will weitermachen. Ich will noch mehr komische Sachen sehen. Komm, Spraydose. Tu es. Sie ist nicht in 4K, ne? Ne. Ist sie nicht. Zeit läuft. Und sie läuft aus. Und das sehr, sehr schnell. Ne, ich bin raus. Ich sehe es nicht. Gleich kommt es. Das nervige Geräusch. Brace for impact. Das ist scary. Okay, das ist eine Shadow Anomaly. Das läuft nicht unter Geist. Das ist relativ gruselig. Not gonna lie. Okay, hier ist doch auch alles gleich jetzt. Ich rette mich so von einer Anomaly zur anderen. Aber so kann es halt nicht laufen, ne? Das ist nicht sustainable. Eigentlich müsste ich so Warte, 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 warte. Korridor. Object Movement. Irgendwas hier hinten sagt mir, dass es irgendwie anders ist. So, ne? Brain sagt wieder Hey. Das sieht anders aus. Irgendwas hier sieht anders aus. Und das ist, glaube ich, falsch. Ja, es ist falsch. Drei Uhr nachts, bitte. Kann ich sagen, ich habe es bis drei Uhr geschafft. Das ist die Hälfte. Der Stuhl macht einfach sein Ding nicht, Mann. Es wäre so geschenkt jetzt. Es wäre so easy. Wundervoll. Dasselbe wie immer, James. Ja. Dasselbe wie immer. Der Geist in der Küche. Der kam jetzt, glaube ich, fast jedes Mal. Mit Ausnahme von einem Run. Aber der ist anscheinend super, super häufig. Okay. Geist in der Küche. Cool. Cool. Wir kommen weiter. Reicht es nochmal für den riesigen Mann? Ich will den Kollegen nochmal sehen. Komm. Das wäre super. Aber kriegen wir nicht, ne? Kriegen wir nicht. Toaster ist da, wo er immer war. Topf ist da, wo er immer war. Mann. Ich meine, wir haben noch drei. Ich habe mehr als die Hälfte geschafft. GG. Stand hier was drauf? Haben wir Corridor Object Disappearance? Aber man wird doch kein leeres Podest bauen, oder? War schon vorher die Logik, als das Ding verschwunden ist. Da hat es funktioniert. Schauen wir mal, ob derselbe Trick zweimal in den Gängen. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Zumiziere, dass das nicht funktioniert. Bapp, 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 bapp. Der Stuhl wackelt. Der Stuhl zittert. Das ist so ein Drehstuhl, der sich aber eigentlich gar nicht drehen soll. Kann es ja nicht sein. Kann es ja nicht sein. Fixed. Nice. Kommt, Dose. Das wäre free. Das erkenne ich, das sehe ich sofort, wenn die Dose komische Sachen macht. Aber anscheinend macht sie es nicht. Sie hat heute keine Lust. Die Dose möchte nicht. Ist verständlich. Dosen sind dafür bekannt, Lampenfieber zu haben. Kann ich nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Gleich ist es vorbei. Glaube ich. Habe ich vorher schon gesagt, da hat es irgendwie funktioniert. Nochmal wird das nicht passieren. Komm, Stuhl oder Tür. Mann, warum passiert das jetzt nicht? Äh. Okay, das ist... Der Stuhl steht eigentlich hier. Also wer das nicht sieht... Das ist wirklich direkt in your face. Also es ist so nah an der Kamera, man kann es nicht übersehen. Okay, das... Ja, das Spiel macht mir Geschenke. Ich sehe es. Ich merke es. Ich habe genug rumgeheult. Da spielt so, ja, ja, gib dem Jungen mal was Kostenloses. Rück raus. Und ich nahm das Geschenk sehr gerne an. Haben wir in der Küche... Painting Anomaly? Weil das hier sah das immer so... Wie lange mache ich das noch? Wie lange rette ich... Da ist die Antwort, siehst du? Wenn du nur fragst, ab und zu kriegst du eine Antwort. Also aber nicht übel. 11 von 15. Ich habe es bis über die Hälfte geschafft. Okay, das ist mehr, als ich über das letzte Mal sagen kann. Es ist zumindest Improvement sichtbar gewesen. Boah, das Spiel, ey. Einfach, du liegst am Boden und du wirst einfach nur nachgetreten, Mann. Alles klar, Leute. Ich bin raus und ich würde vorschlagen, ich lasse jetzt einfach so ein paar Tage Pause und dann spielen wir einmal Observation Duty 2, wo die Dinge, die passieren, noch komischer sind. Und teilweise auch so, dass ich das zensieren muss. Denn ansonsten ist das Video, das daraus resultiert, safe, altersbeschränkt, wenn nicht sogar schlimmer. Da ist richtig merkwürdiges Zeug dabei, das ich gar nicht aussprechen kann oder möchte. Klar darf ich es sagen. Aber ich habe jetzt keine Lust, dass das Video hier demonetisiert wird. Einfach nur, weil ich das gesagt habe. Also ja, der zweite Teil ist das hier, aber komplett cracked. Das ist dann nochmal eine Stufe oben drüber. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt mit dem Live-Button aufs Maul zu hauen. Und lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin macht's gut und ciao. Weißt du, der erste Run hätte so gut werden können, dann kam einfach der riesige Hulk und hat's ruiniert. Bis dahin macht's gut.